Hallo ihr da draußen, in den Weiten des Weltalls oder wo auch immer ihr gerade zuguckt. Haha, ich bin rum geflogen und habe mal einen ja unentdeckten Planeten entdeckt, also jetzt noch nicht, aber ich habe ihn hier jetzt vor mir und ja, mal gucken was das für einer ist. Ich scanne mal. Planet mit hoher Radioquelle. Kupfer, Uran und Salz. Ja, Gamma Wurzel. Interessant. Ich flieg mal los. Ich habe ja vor einiger Zeit mal diese Signalbooster gebaut. Somit wie man jetzt unten nach rechts sehen kann auf 33 Prozent. Ja, mal gucken ob ich noch einen bauen kann. Das würde ich dann noch mal hier ausprobieren. Gucken ob ich den jetzt bei uns kein oder wie noch was haben muss. Und ich flieg mal ein bisschen schneller. Das dauert ihn ein bisschen noch zu lange. Uiuiuiuiui. Was ist denn hier los? Ei, 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 ei. Alter, das wackelt hier auch alle. Mhm. 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 Wollen wir mal ein bisschen weiter runterfliegen auf den Planeten? Oh, ist da... Aha. Das ist aber ziemlich rot hier. Okay. Eui, 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 eui. Roms. So, Strahlung extern. Hm, okay. Mal sehen. Hm, steig ich doch mal hier aus. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. So. kann ich scannen ich nehme erstmal hier diese antenne ja ja dann habe ich den entdeck heute drei tippen so okay komme ich ja irgendwo rein wie es aussieht nicht aber hier ist was auch gegen die mutter so dass wir mal hier rein okay mann trauten abbauen aber können wir noch erhalten erhalten 67 m ok signalbooster bauen mal könnte ich sowas bauen hier mir fehlen kohlenstoff nanorohr einmal und metallplatten ok metallplatten ähm da habe ich keinen Platz ok da fehlt mir noch ein Siegel hm äh Siegel ok 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 und hier habe ich jetzt na da ist noch etwas Platz warte mal Metall habe ich hier ja das geht so das hätte ich jetzt fehlt mir noch Kohlenstoff ein Kohlenstoff ein Kohlenstoff nanorohr ähm Moment ich hatte doch eben einen Platz frei noch also mehrere äh warte mal warte mal wo ist denn das Kohlenstoff nanorohr hier ja da brauche ich jetzt wieder ganz normal äh Kohlenstoff okay hm ich bin das mal an na gut mal gucken so kriege das hier nicht individuell äh äh wie kann ich den nochmal scannen nein hiermit war das hm hm wir haben ja kein Scan durchgeführt ok hm 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 gut mal gucken ja das geht kaputt ja ich weiß das kenne ich auch noch nicht hm komischer Name das ist auch noch nicht ja ich bin es kennt worden aber jetzt und hier so kommentiert Tiere was ist das für ein Beeren Galop Tios 1600 mal hin ok 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 was ist das denn unten und er ist ja auch geile ich muss aber noch ein bisschen hier müsste glaube ich reichen moment für mein rohr mann uhr es blingendet linken dringend gut mit sohn abgeschlossen dann stelle ich das mal hier hin alles klar signalbooster so außenposten und so weiter online da ist online auch online genau ich soll ja die position hier bekannt geben so okay was soll ich machen was Technologie installiert. der einfache übersetzer okay gut habe ich ihn drin also den übersetzer okay da hätten ist nach einer höhle aus kann ich ja was einsammeln naja hier ist wieder so ein verrostetes metall mal 66 da rein genau kann ich ja wieder okay ein konferenz moment das war hier drin gesundheit ja wo ist denn da ist mein nein moment wo ist denn mein raum ich erkenne das hier gar nicht ach da hinten naja auch ein bisschen komisch geparkt hier was bist du denn wenn ich das hier okay moment einmal einsteigen so damit der strich einmal wieder hoch geht okay ich muss auch noch hier diesen antrieb da wieder aufschlagen ich brauche eine warpzelle eine warpzelle und moment muss das erstmal aus so warte mal für die warpzelle brauche ich jetzt noch eine antimaterie genau die ist hier und da brauche ich jetzt noch den verdichteten kohlenstoff verdichteter kohlenstoff okay moment so ähm ich habe doch irgendwo nein ich brauche kein speichergerät ich glaube das hier die raffinerie okay okay brauche ich metallplatten und sauerstoff aber im moment läuft das so hier ganz normal auf strahlausschuss nix haben ja ja das ist natürlich ich brauche die dinger metallplatten eine und sauerstoff 30 ich so ich habe jetzt mal wo ist denn das rote ach das rote ist da wo ist das denn ist das da oben ne das eine ist da auf dem planeten okay da muss ich hin da zeigt mir die aufgabe jetzt hin wo fliege ich das mal hin gut okay angst nein und abheben moment erst mal hier raus so da muss ich da jetzt hin und drei zwei eins Energie und 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 Was ist mit dir? Äh, abgefunden. Fracht begutachten, okay. Mal gucken. Korvax-Gehäuse, Konferenzwürfel. Diese Gerätschaft wird von der Korvax oder die Korvax nutzt, um historische und kulturelle Informationen zu speichern. Aha. Da, guck mal, der hat ja vorher mal hier Antimaterie, aber... 37.000, Alter. Nee, die stelle ich mir selber her. Okay. Mehr hat er nicht. Kollege hier. Vielleicht kann ich bei Ihnen hier ein bisschen was verkaufen. Ähm... Ähm... Hm... Hm... Was ist denn das für ein Pulver hier? Hm... Ja, gut, das kann ich verkaufen. Mit Glas will ich nicht hier öfteren. Also... Kann alles verkauft werden. Äh... So, verkaufen. Kristallfragment. Hm... 0.02... Kann ich aufbrechen, okay. Die Sätze verriet. Ja. Ähm... Okay. Radon. Hm. Hm. Gas? Nee. Genau, das Metall kann ich loswerden. So. Okay. Dann mach's mal gut, Kollege, ne? Und weg ist er. So, wo muss ich denn hin? Wo ist denn das Rote? Äh... Da nicht. Das ist da. Gut. Dann mach ich mich mal da wieder auf dem Weg kennen. 3, 2, 1 und feier. Hab ich was gesagt, ja. Da kommen wir ja. Noch einer. Guck, ihr denkt jetzt alle hier auf einmal. Äh, ich hab schon mal das Verkauf, äh, Kollege. Aber was hast du denn zum Beispiel? Ah, der hat hier... Kammerwurzel, nein. Dieses Gehäuse... Ähm... Ja. Ne, ne, ne. Tut, mein Herr Kollege. Ich hab nichts für dich. Und, äh... Eine Sachen... Kann ich nicht gebrauchen. Äh... Man, jetzt muss ich wieder hier... Ein bisschen rumeiern. Oh Gott, ist das dick hier. Ein wenig damit. So, Moment. Ich muss was mir hier... Zeig mir doch mal den Planeten hier. Ach, ja. Tja. 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 Wäre ich da zweimal... Sozusagen gestört. Bis jetzt. Okay. Uwe alte Ruin... Ne, ne, ne. Ruin nehme ich nicht hin. Warte mal. Uwe alte Ruin. Und da unten will ich hin. Ja... Das hier ist ein... Richtig langes... Abendfeuer, sag ich mal. Der Weltraum, oder wie auch immer, ist sehr sehr groß. Da gibt es... Millionen, Milliarden... Und überhaupt mehr... Planeten, wo man landen kann... und so weiter. Ja. Hier bin ich mal bei 66%. Bin mal gespannt... Was denn da ist. Noch eine Minute? Die halten wir noch durch, ne? Oh wei, oh wei, oh wei. So, ich trinke mal ein bisschen. So, ich trinke mal ein bisschen. Ich bleibe erstmal hier außerhalb von den Planeten. Okay. Die Erdatmosphäre haben wir hier jetzt erreicht. Okay. Die Erdatmosphäre haben wir hier jetzt erreicht. So. Die weichen jetzt ganz locker aus. Die weichen jetzt ganz locker aus. Die werden zwar nicht die Alten, aber... Naja. So, hier unten, wo ich gesagt, hier ein bisschen länger als eben. Das ist jetzt ein bisschen fahrig. Und über die Berge rüber. Uh, das ist jetzt ein ganz hoher Berg. Da fliege ich mal so ein bisschen dran vorbei. Dann ein bisschen nach links. Mal hier auf diesem Weg jetzt auch noch mal einnehmen. Wie bitte ein etwas... Hm. Hört sich an wie Regen. Es ist aber kein Regen. Ich bin ja gleich da. Mal sehen, was wir hier geprüht. Was wir hier gefunden haben. Ein riesengroßer Planet hier. Das ging so. Immer weiter geradeaus. Die sind ein bisschen flacher aus. Da kann man was abbauen, wie es aussieht. So, Moment. Okay, da ist was. Hier kann ich landen. Das ist schön. So. Oha. Ganz schön giftig hier, aber na gut. Ähm. So, wo ist hier der Eingang? Hallo? Hallo? Okay. Ich glaube, dann wäre das andersrum doch besser gewesen. Ich hab schon schwein gedacht. Ja, ja. So schnell nun auch wieder nicht. Hallo, kann ich hier irgendwo rein oder was? Okay, hier sind Pflanzen. Hallo? Wer bist du denn? Die elektronische Lebensform ergreift meinen Arm. Ich versuche dem eisernen Griff zu entkommen, während sie sich weiter in meinen Fleiß hineinbaut. Aua. Ja. Plötzlich spüre ich tief in meinem Handgelenk wie eine Nadel eine Probe. Ja, genau. Eine Nadel. Eine Nadel. Die Limpform. Es wird glücklich, als ich mich zu befreien versuche. Versuche. Ja. Nachgeben. Stärker dagegen ankämpfen. Ne, wir machen nachgeben. Hm. Was labert der eigentlich, Mensch? Ja. Ja, ja, ja. Wütend im Schrein? Ne. Exo-Anzug Verbesserung erbitten. Okay. Multi-Werkzeug Verbesserung erbitten. Ne. Ne. Keine Ahnung. Verbesserung für den Anzug? Ne. 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 Du, ist hier drin. Okay. Gut. Ja. Hi. Ähm. No mal. Weiter ist das hell hier. Zum Teil. Das zu. ein bisschen wenig aber warum ich da irgendwie hunderttausend oder was weiß ich wie viel nur ein bisschen er hätte zu da also wenn er noch irgendwas für mich rönig und blablabla weggehen na ok er hat nichts mehr die wir und ja, ich sollte hier hin okay, jetzt soll ich wieder den signalbooster bauen und ja, Moment, nein für rietstab ok brauche ich da für rietstab das habe ich schon okay Das war mein Anzug hier mal an. Okay, Nano Rohr habe ich schon mal. Gut, wie schön für dich. Äh, Ferit Staub 34. Gehen wir hier noch mal ein bisschen von mir von. Ah ja, so. Oh, das kenne ich noch gar nicht. Was haben wir denn da? Jahre litt er da dran, okay. Okay, Ferit Staub, aha. Hm. Auch nochmal, Ferit Staub. Habe ich diese Pflanze schon? Ja, die haben wir schon. Kohlenstoff. Okay. 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 Ähm. Genau, da ist der Eingang. Ich gehe nochmal rein. So, hallo. Ja, das ist gut. Okay, warte mal. Oh, ich brauche das Rohr habe ich. Metallplatten? Metallplatten habe ich doch auch. Die habe ich hier, die eine. Wo bist du denn? Oder? Da habe ich... Ich habe meine Rohr. Äh. Okay, aber ich habe jetzt alles voll. kasli. Sechs. Fünf. So, jetzt habe ich hier wieder Platz. Ich habe doch... Ne, ich habe hier keine hergestellt. Da ist keine. Was ist das denn hier? Der erweiterte Turbine. Ich dachte, ich hätte hier eben eine Metallplatte, aber ne, dann war das vorher. Gut. Produkt hergestellt. Ja, hergestellt. So, jetzt habe ich vorhin mal das und das abgehakt. Jetzt fehlt noch Natrium. Ich brauche Natrium. Okay. Hast du da was drin für mich? Nein, da ist nichts drin. Natrium. Frachtabwurf. Da wurde Fracht abgeworfen. Ah ja, das Ding ist noch nicht mal. Jetzt habe ich wieder was entdeckt. Hier, hier, hier. Was ist denn da drin? Nichts gefunden. Luft war da drin. Toll. Aber hier sind noch rote Behälter oder sowas. Kleine Kisten. Natrium. Ach, du bist auch voll, alte. Ist mein Raum schon voll? Ich weiß, da brauche ich... Den werde ich auch noch voll machen. Hier habe ich Silber. Ferit Fdorbe, das ist wichtig. Aber Silber. Und Gold habe ich hier. Und Platin. 79.000. Genau, Gold ist der Mehrwert. Okay, ich könnte erst mal was verkaufen. Eins, zwei, drei Sachen auf jeden Fall erst mal. Gut. Bevor ich hier dann was mache, werde ich erst mal was verkaufen. Ich würde mal so sagen... Mal gucken, ich gebe erst mal ab hier. Dann hebe ich ab. Also, was noch hier hinten? Da ist ein Handelsposten. Ich könnte da hinfliegen. Erst mal raus hier aus dieser... ...Eldatmosphäre. Uiuiui, nicht so hoch. Also, was halt hier hoch. Okay, da wird mir nichts angezeigt. Moment, Arme drehen bitte. Da ist eine uralte Ruine und... ...mein Zuhause. Ähm, Moment. Ich könnte zum Handelsposten... ...da zum Portal. Nee. Okay, ich fliege dann zum Handelsposten hin. Wo ich dann was verkaufen kann. Und wenn ich da angekommen bin, in der nächsten Folge, dann... ...ja, melde ich mich wieder. Äh, ja. Und dann muss ich auch wieder zurück und dann das Denk hier wieder bauen. Äh, okay. Dann, ja. Mach's mal gut. Bleib gesund oder werde gesund. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal... Bye, bye. Bye, bye. Bis zum Schluss.